Im Herzen Europas liegt Bonn, die Stadt der Vereinten Nationen, Sitz vieler Ministerien und internationaler Organisationen. Bonn ist bekannt für Beethoven und für Haribo Gummibärchen, für den Rhein und das Siebengebirge ebenso wie für bedeutende Forschungseinrichtungen und für die Universität. Mitten in der Stadt steht ihr barockes Hauptgebäude, umgeben von Kirche, Politik, Wirtschaft und dem grünen Hofgarten. Hier treffen das Rheinland und die Welt aufeinander. Studierende und Wissenschaftler forschen, lehren und lernen hier in einer pulsierenden Kernregion Deutschlands. Die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, die Mathematik und die Philosophie, die Lebenswissenschaften ebenso wie die Physik, die Chemie und die Medizin. Sie alle zählen zu den forschungsstarken und exzellenten Profilbereichen der Bonner Universität. Bonner Forscher arbeiten in internationalen Netzwerken. Sie begründen und vertiefen hier an der Uni Bonn ihre Forschung für die Zukunft. Viele tausend Studierende und Mitarbeiter an der Universität und dem Klinikum, in den Wissenschaftsorganisationen und Forschungsinstituten haben sich für Bonn entschieden. Auch über die Studienzeit an der Universität hinaus. Und diese Stadt lädt zum Bleiben ein. Der Untertitelung des ZDF, 2020